Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Das heutige Video ist vom zweiten Vielseitigkeitsturnier und zwar geht es wiederum nach Bern, wenn ich wieder eine sehr sehr willkommen Prüfung starte. Es ist jetzt noch Freitag, morgen Morgen am Samstag geht es los. So haben wir ungefähr 14 Dressur und ungefähr um 10.30 Uhr am Nami springen und 10 Minuten später dann krossen. Ich habe es jetzt zum meisten schon eingeladen, der Lemmy ist gewaschen. Morgen am Morgen muss ich recht früh gleich in den Stall. Ich beginne Heu und Futter geben und dann noch einflechten. Und dann gehen wir wieder hin und dann versuche ich etwas mitzunehmen. Aber meistens bin ich viel zu nervös und arbeite es nicht, euch noch etwas mitzunehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spass bei diesem Video. Zuerst kommen wir zu unserer Dressurprüfung. Das Programm ist das CCB Welcome Programm. Und nach wie vor ist Lemmy noch nicht so viel Dressur gelaufen. Und am letzten Vielseitigkeitsturnier waren wir in anderen Hallen. Also das ist jetzt wieder ein anderer Ort als letztes Mal. Und hier ist der Boden so ein Schnitzelboden. Und wenn man halt... Also er tönt einfach so klein, wenn man neben den Zäunchen reitet, spickt es immer so etwas von der ersten Schnitzel an das Zäunchen. Und das hat Lemmy am Anfang etwas gefährlich gefunden. Aber auch trotzdem hat er es sehr gut gemacht. Also er hat schon viel, viel weniger herausgeschaut als zum Beispiel beim allerersten Dressur letzten Herbst. Und dann hat er auch gelufen und das Programm hat angefangen. Hier das Einreiten auf die Mittellinie ist von mir aus gesehen ziemlich gut gewesen. Beim Halten ist er dann links wieder leicht rausgestanden. Aber er ist eigentlich ruhig gestanden. Hier hat er mir zuerst nicht so richtig vorgelegt, weil er plötzlich das Licht hier gefährlich gefunden hat. Und auch das Richterpildchen. Aber er hat sich dann schnell wieder gefangen. Und ja, er trabt immer noch so leicht gestresst. Das liegt natürlich auch an mir, dass ich sehr nervös bin. Hier ist man schon ziemlich davor geredet. Dann kommt er hinten das Angaloppieren. Auf linke Hand ist es für unsere Verhältnisse ziemlich gut gewesen. Dann kommen wir hier auf die Wolte. Also das ist wieder ein ziemliches Ei. Weil in meinem Leben ist es immer noch recht schwierig, weil er so fein reagiert. Und dann immer gleich davon häkeln möchte. Aber alles in allem ist es gar nicht so schlecht gewesen. Hier ist der Trabenübergang. Ja, da ist er immer etwas gegen rauf und weg. Aber dann hier eigentlich ist der Traben echt gut. Er liegt eigentlich ziemlich auf dem Zügel, weil er immer noch ziemlich gespannt ist. Hier rennt er auch leicht davon. Dann kommt der Angaloppierer rechts. Das ist mir zuerst ein Angaloppierer. Und dann musste ich halt mit Stimmhilfe geben. Und das hat dann auch leichter Abzug gegeben. Und dann hier bei der Wolte sind wir wieder ziemlich hoch und weggedrückt mit dem Kopf. Dafür ist die Wolte kleiner als vorher. Und dann kommen wir hier die Trabenübergang. Der war ziemlich gut für unsere Verhältnisse. Dann, ja, jetzt kommt... Eigentlich bei M hat mein Schritt sollen, aber ich habe es ein wenig verpasst. Und dann habe ich natürlich recht stark gebremst. Das hat auch ziemlich einen Abzug gegeben. Aber den Schritt an sich finde ich dann eigentlich relativ gut. Er ist zwar ein wenig unruhig im Kopf, aber dafür läuft er nicht ganz so gestresst Schritt. Und der Übergang in die Trab habe ich dann eigentlich wirklich sehr gut gefunden. Dann kommt wieder Irite auf die Mittellinie. Das war leicht schräg. Und der Schlussgruss ist mir wieder rausgestanden. Aber eigentlich war es eine gute Runde. Wir hatten 59 und irgendetwas Prozent. Also für unsere Verhältnisse wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin auch wirklich zufrieden. mit der Tressur. Aber klar, wir müssen es immer noch verbessern. Weil das Tressurresultat hat halt immer noch nicht für eine Klassierung gelangt. Aber ich glaube fest daran, dass wir weiterhin Tressur starten. Und Lemi und auch ich mehr Routine bekommen, dass es dann auch irgendwann klappt. Und wir eine gute Tressur zeigen können. Und dann auch vielseitigkeit klassiert sein. Und dann kommen wir zum Springparcours. Das ist ja unsere Paradedisziplin, wenn man das so sagen kann. Und der Springparcours ist 70 cm hoch. Und da muss ich halt immer so etwas aufpassen, dass ich es genug ernst nehme. Ja, wir gehen normalerweise so 80-90, der ist 70 schon recht tief. Aber ich muss halt trotzdem gut anreiten. Weil sonst macht Lemi halt Flüchtigkeitsfehler. Aber ich finde, es hat ein paar Mal nicht so gut gepasst. Weil er mir nicht so gezogen hat. Weil für ihn, er nimmt das irgendwie auch nicht so ernst. Aber alles in allem konnten wir eigentlich einen recht schönen Umgang zeigen. Und wir sind ja auch ohne Fehler ins Ziel gekommen. Und die Zeit spielt ja auch für sich im Springen der Vielseitigkeit. Nicht so eine grosse Rolle, solange man keine Zeitüberschreitung hat. Hier in letzter Linie hat er mir nochmals sehr geholfen. Weil eigentlich habe ich auf die Grosse gehen. Aber er hat dann noch etwas dazu gemacht. Aber alles in allem war das ein schöner Umgang. Und jetzt habe ich hier noch ein paar Helmkameraaufnahmen. Weil ich die Helmkamera auch schon im Springen hatte. Weil dann zwischen Springen und Cross zu wenig Zeit weg waren, für sie anzulegen. Und jetzt habe ich noch ein paar Mal rein. die Aufnahme von unten. Aber hier sieht man auch nicht den ganzen Parkour. Und ich möchte ihm halt gleich alle Sprünge zeigen können. Und dafür ist das Helmkamera-Video nicht perfekt. Wir sind auch schon beim Sprung Nummer 2. Und wie ich sehe, er lebt mir die ganze Zeit die Ohren da vorne und hat so schön vorwärts skaloppiert. Also ich musste ihn eigentlich nicht allzu fest treiben. Er ist wirklich von selber so gegangen. Dann habe ich den Graben kurz ein bisschen reingeschaut, aber er ist dann schön darüber. Ich ziehe rechts weiter aufs Tal. Hier jage ich ihn auch nicht so zu fest rauf. Sonst hat er Tendenz, fast zu fallen, wenn man ihn zu fester rausjagt. Aber das hat er sehr gut gemacht. Dann geht es hier immer wieder über die Galoppbahn. Das schaut er eigentlich gar nichts an. Hier hat er auch schön im Plus mitgenommen. Hier ist es schon mal neben dem Wasserdürrgang. Man sieht schon, er schaut schon ziemlich kritisch. Aber er ist gut nebendurch. Dann kommt hier das Holzschuss. Es hat nicht ganz gepasst. Aber auf diese Höhe, sie sind ja 60 cm, ist es kein Problem. Dann ist es hier in vollem Galopp der Hügel hochgegangen. Hier haben wir wirklich schön angezogen. Wir hatten wirklich ein gutes Tempo. Dann hier oben die kleine Birke, schön im Fluss mitgenommen. Dann habe ich noch etwas Gas gegeben. damit wir dann auch in der Zeit sind. In der letzten Viertelzeit hatten wir ja ein paar Sekunden Zeitüberschreitung. Deswegen habe ich das mal probiert, noch etwas mehr Vorwärtszeiten. Hiergegen ist das Licht runtergegangen. Dann habe ich ihn etwas aufgenommen. Aber nach dem Sprung habe ich ihn auch noch etwas galoppieren lassen. Dann ist sie rechts weitergegangen und er kam auf die Birke. Die hat er auch schön mitgenommen. Dann hat dieser Sprung hier ein wenig gebremst. Aber ich habe ihn schön drangehockt und dann hat er auch den genommen. Dann habe ich wieder Gas gegeben, weil er wieder eine weitere Strecke kam. Dann kommen wir hier zu diesem Sprung im Schatten. Den hat er eigentlich gar nicht angeschaut. Den hat er auch schon öfter gesprungen. Dann ist er ins Wasser gegangen. Er schaut schon von recht weit. Und ja, wir kommen immer noch nicht im Galopp rein, aber wenigstens im Trab. Und dann haben wir hier auch Wasser auf der Kamera. Aber man sieht es trotzdem noch so ungefähr. Dann ist es noch zur langen Galoppstrecke auf den letzten Sprung gegangen. Da habe ich noch einmal vorwärts galoppiert. Und Lemmy war auch wirklich noch gar nicht müde. Also da ist noch einmal voll Tempo schön bis zum letzten. Da hat er kurz geschaut, aber dann hat er ihn auch schön genommen. Und ich konnte noch einmal Gas geben für das Ziel durch. Und es hat uns tatsächlich gelangt in die Optimalzeit reinzureiten. Und zwar waren wir acht Sekunden unter der Optimalzeit. Und ich war einfach nur unendlich stolz, dass wir unsere zweite Vielseitigkeit mit dem Dressurresultat beenden konnten. Leider hat es ziemlich knapp nicht für eine Klassierung gelangt. Aber ich bin trotzdem unglaublich stolz, dass wir das Cross in jeder Zeit beenden konnten. Ohne Zeitfehler und natürlich auch ohne Hindernisfehler. Und ich glaube fest daran, dass wenn wir jetzt noch weiter die Dressur starten, dann wird das Ball dann auch gelangen, damit wir auch in der Vielseitigkeit klassiert werden können. Und jetzt sehen Sie wieder. Musik 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 Das war es mit diesem Video, ich hoffe es hat euch gefallen und in diesem Sinn Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.